Liebe Quiz- und Rätselfans, ab Januar gibt's auf ProSieben eine neue Quiz-Show. Das ist die speziellste Quiz-Show mit dem außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Zu gewinnen gibt es keine Autos, keine Dubai-Reise und keine Millionen. Zu gewinnen gibt es mein Job. Der Sieger wird der Moderator der Show, darf die Fragen stellen und die Regeln bestimmen. Er wird zum Quizmaster, ich zum Kandidat. ProSieben hat gesagt, die Idee ist so dumm, die nehmen wir. Wer stiehlt mir die Show? Die neue Show mit Joko Winterschalt. Ab Januar auf ProSieben.